Wir haben jetzt genau 15 Uhr und normalerweise sollten wir jetzt kostenlose Items bekommen bzw. Challenges, wo wir uns das Wakanda über alles Emote uns freischalten können. Es gibt mal wieder kostenlose Belohnungen und ein weiterer Snowdown Auftrag ist auch verfügbar. Man muss hier ganz bestimmte Aufgaben abschließen, damit man sich das Wakanda über alles Emote freischalten kann. Und zwar einmal hier Matchabschlüsse. Ganz einfach, startet eine Runde, wartet bis ihr im Bus seid, springt einmal kurz raus und dann verlasst ihr die Runde. Macht das Ganze 10 Mal und ihr habt es easy abgeschlossen. Lebe länger als die Gegner, ist auch klar was man machen muss, einfach so lange wie es geht überleben. Spiele Matches im Duo oder Team Modus, da muss man dieses Mal keinen Freund mitnehmen. Da geht ihr einfach hier in den Duo Modus, geht einfach einmal ganz kurz rein und quittet dann auch hier wieder die Runde. Sollte auch zählen und dann bekommt man hier insgesamt 50.000 EP und ein Emote kostenlos. Heute gibt es hier noch eine weitere Aufgabe, zerstöre Nussknacker Statuen. 5 Stück muss man zerstören, bekommt man ein gratis Backbling. Ist auch sehr einfach, ich habe das passende Video dazu schon hochgeladen. Könnt ihr gerne oben rechts beim i mal vorbeischauen, dort befindet sich das Video. Vergesst nicht irgendjemanden im Shop einzutragen, falls ihr mich supporten wollt, dann tagt gerne Crater Code Ferus ein. Danke für den Support und dann würde ich sagen, das war es mit dem kurzen Video.